BMI steht immer für Pioniergeist und BMWi muss auch immer weiter und jenseits des Erwarteten sein. Mit dem e-Next Vision haben wir ganz bewusst versucht, mit gewissen Dogmen zu brechen, um eine neue Interpretation von Automobilbau zu zeigen, nämlich eine sehr menschliche. I was born in Mexico City and my dad had a ranch, so every time we had a chance, we went there riding horses. I left Mexico when I was 23 years old and I studied in Detroit, then I went to Austria, Italy, Los Angeles and now Munich. Actually, I don't have a physical favorite place, but I do have a favorite feeling. And I have that feeling when I ride a horse. This really transports me to my childhood, to my home, my family, and it also reminds me who I am. For me, colors are almost like everything. My favorite space is definitely somewhere at the beach. This gives me completely fulfillment. And especially if I'm then there with my friends, it feels as if I'm free, as if I'm released from everything. and I get a lot of new inspiration. I always get good ideas at the beach. I really love it. As a child, I was building things from my own ideas. I started with like small boxes. It's developed to more and more advanced things, to houses, airplanes. When I get into this flow, or the feeling of building, creating something, I could really disappear. And I think maybe this was a feeling thereof they're starting to look for. You know, having this feeling of I did something from nothing to finish. Of course. Kreativität is very strong, because it's a lot of personal and for you needs to become inspiration and energy. And this energy is, I come to those places like this I can afford and enjoy myself as living in so tangible and more beautiful world. Ein autonom fahrendes Auto bietet völlig neue Möglichkeiten. Es geht nämlich darum, Lebenszeit zu gewinnen. Dafür haben wir eine neue Art der Bedienung und des Wohlfühlens, des Genutzes im Fahrzeug kreiert. Wir versuchen es zu machen, als wäre es in deinem Wohnzimmer und sicherzustellen, dass die Fahrzeuge sehr komfortabel sind. Alle Objekte in der Auto sind als eine Single Furniture. Es sollte sich beinwältig sein, um zu beginnen, und viele Dinge, die man muss herausfinden. Vielleicht muss man einen zweiten oder dritten Mal sehen, bevor man ihn selbst sieht. Es war natürlich unglaublich, um auf ein Projekt zu arbeiten, wo man so frei ist. Man sieht Farben, die normalerweise nicht in der Automotive-industrie benutzen. Wir wollten ein sehr warmes und cozyes Konzept erreichen, und das sofort mit einem Sitzung und komplett entspannen. Wir haben eine Idee, um eine sehr schöne Nude-Kolle zu benutzen, in Kombination mit einem Warm-Grein-Turquoise, ein bisschen Aqua-Kolle zu finden. Dann haben wir versucht, Materialien zu finden, die das modern waren. Wir haben eine Mikrofiber, und wir haben es mit einem Jacquard. Eine Jacquard ist eine sehr schöne, traditionelle, alte Technologie. Und diese sehr interessante Kombination von etwas aus dem Vergangenen, aber auch Dinge in dem Neue Welt, die wir kombinieren, creates diese Tension zwischen den Materialien. Das Auto ist ein sehr emotionaler Auto, aber es wurde erreicht, mit viel Simplicität. Alle einzelnen Linien müssen da sein. Es muss da sein. Es gibt keine Decorativen Linien. Das Vision I-Next macht es auf eine ganz neue und besondere Art, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine auf ein ganz neues Niveau zu heben. Wir haben hier eine Technologie, Shitec, wie wir es nennen, in der Hightech nur sichtbar wird, wenn man es benötigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Musik hören möchte, reicht es schon, eine Note auf den Jacquardstoff zu zeichnen, damit das Auto erkennt, ich möchte Musik hören. Die Art dieser Eingabe ist eine ganz spannende Kombination zwischen einer hochmodernen Technologie und auf der anderen Seite eine sehr magische, antitechnische Art, eine Eingabe zu machen. Die Frage ist natürlich, wieso wir bei BMW glauben, die Zukunft besser vorhersehen zu können. Ehrlich gesagt können wir es gar nicht. Aber alle Mitarbeiter vereint eine große Leidenschaft für BMW, aber auch für Mobilität. BMW hat sich schon seinem 100-jährigen Bestehen immer wieder neu erfinden müssen. Der Vision I-Next macht das heute, indem wir eine Komponente in ein Fahrzeug bringen, die man so vor allem nicht von BMW erwartet, aber auch in der Autoindustrie noch nicht von dieser Seite betrachtet wurde. Dienen können wir jetzt mal ein bisschen… die jeder die Beste der Bestehen in den Tag einreíficen Hartst, mit der Frömmelung von der Angelegenheit und der Flömmelung von der Zukunft wäre. Römmelung von Schwierig! Das ist eine andere Reihe, BMW Vision Eye Next. BMW I must push beyond a predictable next step. The BMW Vision Eye Next combines technology and devotion in a completely new way. As you can also see, the windshield transitions seamlessly into a panoramic roof. This gives a lot of visual light as a peak for the exterior design and ensures a light flood in the interior. At the time, it's a very unusual, very innovative environment. When you get sightseeing numbers, the system will cross. This is a bit between me and from our fingertips. I can put the taste of investment in my creative space. It maximizes the sense of lobby and it maximizes the proportion. What is the impact of the next year? You should get my attention. You have any questions like that. This is the most intelligent part in the world. You have a special place that's for the sensors. You can have a look at that. Willkommen zu deinem Favoritem Raum. The BMW Vision iNext. The BMW Vision iNext. We just focus on our customers needs and therefore this car is in every aspect ultimately human value in its conception. Today we live in a time of digital transformation where technology gets smarter every day. Okay. Okay. The windshields are very seriously formalized. They resemble the signal and they create a very precise, strong, form of ground. The windshields are positioned seamlessly into very muscular surfaces adjusted with just a few very precise lines as well as the new backlit accents that you find in the front and the side and the rear of the car. It's a proper side view instead of 24-inch wheels. So we design the design of the design of the design. And it's the mix of the rock and the rock stands that is very fast and compact. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.